in den 20er jahren war wirklich dieses dieses sich entdecken da sind eigentlich sämtliche genres es ist eigentlich ein kleines wunder dass in diesem so vom krieg geschädigten land eine so stark ausstrahlende filmproduktion stattfinden konnte die leinwand wird zum kollektiven denken einer ganzen nation dieser mensch muss ausgerottet werden dieser mensch muss weg wer weiß denn wie sie mir aussieht so 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 so